Hi, hier ist wieder David von WatchDavid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder was richtig cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Benzinger. Schaut mal hier. Die Benzinger Pure. Hammarteil, weißes Ziffernblatt, blaue Zeiger, seht ihr später noch genau. Zahlreiche Fotos und das ausführliche Overview ist bereits im Blog. Links wie immer unten in der Beschreibung. Ich habe bereits schon einige Benzinger Uhren getestet und zahlreiche Fotos davon gemacht. Guckt einfach mal rein, alles im Blog zu finden. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss. . . . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020